Moin Leute, hier ist wieder euer Michael. Heute wird es historisch. Wir gehen in das Jahr 1924 zurück und zwar geht es jetzt um die Opel Sammlung weiter und die Ausgabe 19. Sogenannte Opel 4-12 PS der Opel Laubfrosch ist heute mal angesagt und den möchte ich euch gerne mal heute vorstellen. Ja wir schauen vorher mal ins Heft, paar Informationen raus sammeln und dann zeige ich euch das Modell. Ausgabe 19 4-12 Opel Laubfrosch, hier ist er schon mal abgebildet, passend natürlich im Rasen oder in den Bergen, wie auch immer man das nennen möchte. Auftakt zur Massenmotorisierung, sein Spitzenname Laubfrosch verdankte der Opel 4-12 keinesfalls einem Ursprung, einem sprunghaften Fahrverhalten auf der Straße. Verantwortlich dafür war seine vornehmlich grüne Farbgebung. Ab 1924 hüpfte er in Rüsselsheim vom Band. Nach erheblichen Investitionen in wirtschaftlichen instabilen Zeiten sicherte der Laubfrosch das überlegen Leben der Opel, der Firma Opel. Genau so sieht es aus. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir noch mal der auf dem Fließband gefertigte Opel Laubfrosch war das erste Massenprodukt in deutscher Automobilproduktion. So sah er auf jeden Fall mal aus. Interessant ist auch noch hier Glaso. Viele Fertigungsprozesse konnten Opel durch effiziente Arbeitsverfahren und Einsatz von Maschinen zeitlich auf ein Minimum reduzieren. Doch eine engstellige im Ablauf verblieb zunächst. Die manuelle Lackierung mit dem Pinsel, was ich auch nicht wusste, früher wurden die Dinger mit dem Pinsel lackiert. Toller Wetter. Ich meine, da war ja nicht allzu viel zu lackieren und bei Holz hat sich das so entsprechend ergeben. Und die lange Trocknungsphase. Dann entfiel zunehmend die zeitintensive Farbauftragung bei den Holzkomponenten, da diese schrittweise durch Stahlteile ersetzt wurden. Ab 1922 verwendete Ford zuerst den sogenannten Japan-Lack, der binnen 48 Stunden trocken war. Im Jahr entwickelte General Motors Nitrolack. Nun konnten die Lackierung mit einer Spritzpistole schnell und einfach aufgetragen werden. Diese Methode wurde 1926 bei Opel zum Standard. Zwei Jahre darauf folgte der Einsatz von Trockenöfen, was das Aushärten der Lackierung und sogenannte Fertigung beschleunigt. Das haben wir auch schon, das kennen wir ja mittlerweile schon. Mittlerweile wird es ja noch ganz anders gemacht. So, die Stoffverdeckung, der Stoffverdeckung und, nee, halt, andersrum. Stoffverdeckung wie Windschutzscheibe des Opel Laubfrosch waren entsprechend abklappbar. Jo, dann blättern wir mal um. Der Opel 4-16 bildet ab 1925 die zweite Laubfrosch-Generation. Aber Laubfrosch ist ja da nicht mehr gegeben. Das ist ja eher Feuerwehrrot. Und adäquater Nachfolger, Opel 1,2 Liter. Im Juli 1931 trat der Opel 1,2 Liter in die Fußstapfen des Erfolgsbringers Laubfrosch. Angetrieben von dessen Weiterentwicklung, Reihen 4 Zylinder mit vergrößertem Hubraum und einer Leistung von 22 PS erreichte der Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Der Opel 1,2 wurde bis 1935 in verschiedenen Ausführungen angeboten, beispielsweise als zweitürige Limousine, Cabrio Limousine oder als Lieferwagen. Ja, hier sieht man also nochmal die Holzrahmenkonstruktion, die man früher viel verbaut hatte. Und hier das typische Heckform, also mit dem Bootsheck kann man dazu sagen und einen ganz kleinen winzigen Kofferraum. Entsprechend dazu von dem Opel Laubfrosch. Natürlich das Heckfenster war auch nicht sehr groß. Ob man da im Rückspiegel was sehen konnte? Ne, ich glaube der hat gar keinen Rückspiegel gehabt. Ne, glaube ich nicht. Und die Bedienung ist so einfach, dass sein Besitzer keinen Chauffeur braucht aus der Opel Werbung. Gut, gehen wir mal ein bisschen ins Detail rein. Technische Daten 4 Strich 12 1924 Vierzylinder 951 Kubik 12 PS bei 2400 Umdrehung. Heckantrieb, Dreiganggetriebe, Einscheiben, Trockenkupplung. Offener Zweisitzer mit Bootsheck und Segeltuchverdeck. Starre Gabelachse mit viertel-eleptischen Auslegefedern. Starre Achse mit viertel-eleptischen Auslegungsfeedern auf der Hinterachse. Lenkung, Schneckensegmentlenkung. Die Kardanwelle wirken, achso Moment, Bremsen. Auf die Kardanwelle wirken eine Fußbremse. Handbremse hinten auf Trommeln wirkend. Länge 320, 3200 Millimeter. Breite 1350 Millimeter. Und die Höhe 1650 Millimeter. Reifen 715 x 115 Ballonreifen. Gewicht, Leermasse 650 Kilo. Maximale Geschwindigkeit 60 Stundenkilometer. Ja, das war die ganze Entwicklung dazu. Und Innenausstattung Lenkrad rechts, Lederpolstersitzbank, Tacho mit Kilometerzähler, Spannungsanzeige, Fernthermometer auf dem Kühler. Wobei der hier fehlt. Winker und Scheibenwischer nachrüstbar. Winker waren ja die Teile, die hier an der Seite sind. Ja, dass man die nachrüsten konnte, wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, dass die schon von vornherein mit bei sind. Aber ansonsten musste man ja immer den Arm rechts und links raushalten. Links raushalten hier wäre in dem Falle doch ein bisschen schwierig. Weil, ob das reicht mit dem Armlänge? Fragt sich nur einfach nur. Ja, das Chassis wurde aus U-Profil mit Quertraversen, Gabelachse mit viertel-eleptisch ausgelegten Federn. Vorne und Starrachse mit auch viertel-eleptischen ausgelegten Federn. Also viertel-eleptisch bedeutet also, sprich, das sind die sogenannten Blattfedern, was man heutzutage dazu sagt. Ja, Stahlscheibenräder, komplett geschlossen. Und hier haben wir natürlich auch noch eine Kurbel, falls die Batterie mal nicht unbedingt so wollte, weil die Batterie war auf 6 Volt ausgelegt. Und damals war das alles nicht ganz so entsprechend gut. Oder was heißt gut? So, Volksautos aus dem Deutschland. Hier hatte vor dem Ersten Weltkrieg Wahl der Kauf eines Automobils nahezu ausschließlich einer privilegierten, vermögenden Oberschicht vorbehalten. Das änderte sich in den Jahren nach Kriegsende in den kleinen Schritten. Montagewerk des US-Helderstellers Ford im Berliner Westhafen. Ja, hier haben wir nochmal verschiedene andere Fahrzeuge dazu. Uni Hanomag Kommissbrod sozusagen. Und hier haben wir Opels feurige Raketenmission nach einem Elklar mit der obersten nationalen Sportkommission. Hatte sich Opel 1926 aus dem Rennsport zurückgezogen. Stattdessen sorgten die Rüsselsheimer mit Raketenantriebfahrzeugen für Furore. Kennen wir ja alle hier. Die Rak 2 erreichte auf der AWUS 240 Stundenkilometer und stellte einen neuen Weltrekord auf. Und hier nochmal die Rak auf Schienenrak 3. 256 Stundenkilometer damit den Weltrekord des Schienenfahrzeuge. Gut, das war es erstmal. Jetzt schauen wir uns mal das Modell an. Hüpp, hüpp, hüpp. Hier ist der Opel Laubfrosch. Nein, natürlich nicht hüpft. Wie gesagt, gehüpft wird er nicht. Er hatte ja die Farbe gekriegt, also den Namen gekriegt wegen der grünen Farbe hier. Und hier ist das Modell sehr leicht. Ist ja fast gar nichts dran. Kein großartiges Blech. Ist fast alles aus Kunststoff gemacht, das Modell. Und hier zeige ich euch das mal mit dem geschlossenen, entsprechenden Reserverad. Und hier vorne sieht man auch noch die Kührippen. So müsste man das ganz gut sehen können. Das ist die Entlüftung für den Motor, wenn entsprechend die Luft abgeführt wird. Damals gab es ja auch noch keine Elektro-Lüfter. Das sind ja alles starre Lüfter gewesen. Hier nochmal zu sehen schön das Trittbrett mit den entsprechenden Kohlflügeln, dass es alles so hochgezogen ist. Jetzt sind ja alle komplett verarbeitet. Und hier sieht man noch so schön die Scheinwerfer einzeln rausgenannt. Und der Kühler ist also das sogenannte Kühlergrill, wie man das heute kennt, ist es ja eigentlich kein Kühlergrill mehr in dem Sinne. Hier ist es noch genau so, dass das, was hier vorne Kühlergrill genannt wird, auch der wirklich der Kühler ist mit dem einfachen Rippen da drin. Und hier wird also auch komplett das Wasser eingefüllt, hier vorne in dem Sturz. Hier vorne, wo dieser kleine Stift ist, sollte normalerweise eigentlich, wie gesagt, der Thermometer drinnen sitzen, dass der hier so hoch steht. Hier ist es nicht eingebaut, warum auch immer. Kann natürlich auch sein, dass verschiedene Standardfahrzeuge auch als Zubehör vielleicht, andersrum gesagt, als Zubehör dieser Stift damit draufkommt. Ja, dann haben wir hier die kleine Scheibe hier zu sehen. Hier sieht man diese Stangen, die sind dazu, also hier an den Seiten sind Rändelschrauben, die das dann halt entsprechend lösen. Und dann kann man die Scheibe dafür abklappen und weg, also nach unten klappen und weg machen. Das hier links und rechts sind die sogenannten Winker, die hier an der Seite dran sind, die hier schwarz gekennzeichnet sind. Und damit halt, man sagt, anzeigt, dass man halt abbiegen will. Dann haben wir hier oben einen Scheibenwäscher, der von innen mit einer Kurbel dran ist. Das heißt also, man musste selber von Hand anlegen, dass man den Scheibenwäscher betätigt. Und dann auch halbwegs freie Sicht bekommt. Also wie gesagt, auch nur halbwegs, weil an der Seite war noch gar kein Scheibenwäscher mit dran. Dann haben wir hier vorne die Kurbel. Die Kurbel hat damit zu tun, dass das Ganze war ja auch 6 Volt ausgelegt. Manchmal im Winter oder bei kalten Temperaturen hat die Batterie nicht so richtig mitgemacht. Und dadurch konnte man hier den Motor entsprechend ankurbeln und damit starten. Ich habe mal ein, das war der Ford, glaube ich, mal gesehen, wie man den anstartet. Also das war gar nicht so einfach, dass man hier hinten Zwischengas eingeben muss und vorne kurbeln. Und alles war ziemlich kompliziert, hat eine ganze Weile gedauert. Ja, dann die andere Seite haben wir hier zu sehen. Das ist aber auch nicht viel großartig anders. Man sieht halt doch ein bisschen, so wie es von der grünen Silhouette, was man da sehen kann, so ein bisschen wie ein Boot halt geformt. Ja, dann hier nur Vierradschrauben, wie wir das kennen. Komplett geschlossenes Felge. Auf der Rückseite sieht man dann halt diesen Bootsheck. Dazu keine großartigen Lichter. Moment, mal gucken. Hier ist noch einfach nur ein Katzenauge drin. Und man kennt also keine Blinker, keine Rückleuchten, keine Fahrrückfahrleuchten und dergleichen. Und das ist heutzutage auch nicht mehr so. Dann haben wir hier das Verdeck. Das ist hier komplett starr. Das lässt sich nicht nach oben klappen. Aber trotz an sich sehr schön angedeutet. Hier haben wir dann auch die Ledersitze. Wurde ja wohl alles in Leder ausgefertigt. Sehr spartanisch, sehr einfach. Dann gehen wir mal aufs Lenkrad. Das Lenkrad ist auch sehr starr. Natürlich keine Aufprallschutz, da ist alles drinne. Ganz wenig Instrumente. Der Schalter da in der Mitte ist für Zündung ein und aus. Zum Anmachen und Ausmachen. Mehr gibt es da halt nicht. Sehr spartanisch eingearbeitet. Das Fahrzeug. Dann schauen wir mal. Achso, ich sehe gerade hier noch auf der Seite hier ein kleines Emblem. Das dürfte wahrscheinlich die Typenbezeichnung sein von einem Fahrzeug, was da dann entsprechend zu sehen ist. Die Motorhaube wurde allerdings, ist hier auch komplett aufzuklappen. Die wurde hier oben rüber geklappt. Dann konnte man von der Seite rangehen, hier wieder zuklappen, andere Seite aufklappen. Und dann kann man gut an den Motor ran entsprechend. Dann schauen wir mal nach unten. Da haben wir dann auch so einige Sachen. Auspuffanlage, die hörte schon ziemlich weit unterm Auto auf. Kurz vor der Hinterachse. Man sieht auch hier die Starrachse und dann auch die sogenannten Blattfedern. Dann hier vorne noch den Motorblock. Nicht sehr detailliert gemacht, aber das ist nicht so interessant. Man stellt das Auto ja auch nicht den Kopf. Hier ist aber sehr schön die Lenkung noch detailliert gemacht. Hier unten sieht man einen kleinen Kasten. In diesem kleinen Kasten ist die 6 Volt Batterie verarbeitet gewesen. Beziehungsweise da drin ist, Sternze da drin. Und ja, so sieht jetzt das Fahrzeug halt von unten aus. Sehr schön gemacht. Recht gut. Gutes Modell. Nicht unbedingt meine Region, meine Baureihe. Aber ich finde, das ist halt ein Kultauto. Das ist einfach ein sehr schönes, kultiges Fahrzeug. Ja, das war die Ausgabe 19 der Opel Laubfrosch 4-12. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Infos rüberkommen lassen. Ja, dann war es das auch schon. Habt schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha. Geräusche. Ja, so sind es mal wahrscheinlich. Vielen Dank.